Hallo, ich heiße Dakota und ich melde für Ladennachricht. Heute ist der 21. Oktober 2016. Wir melden hier in Berlin. Heute sprechen wir über die Geschichte von Deutschland. Die Geschichte ist groß und interessant und Lindsay wird über das sprechen. Auch gibt es ihren Wetterbericht und das tägliche Reisejournal. Emily wird über den Wetterbericht und Annie wird über das Reisejournal sprechen. Erst hören wir von Emily über das Wetterbericht. Guten Tag, das Wetter heute ist schön in Stuttgart. Das Wetter für dieses Oktober ist nicht so gut. Am Montag regnet es. Am Morgen werden Wolken haben und am Nachmittag und ab Abend regnet es. Wir haben 14 Celsius. Am Dienstag gibt es eine Möglichkeit von Tornados. Wir haben 13 Celsius. Und wenn es einen Tornado gibt, bleiben Sie innen und wählen von Fenster. Gehen Sie auf die münchere Ebene Ihres Hauser und hören Sie Ihr Radio und sehen Sie Ihren Fernseher für Verbesserung über das Wetter. Am Mittwoch wir haben 17 Celsius und der Sonne scheint. Es wird einen schönsten Tag. Geht aus und Spaß machen. Am Donnerstag gibt es eine Möglichkeit für ein wenig Regen. Am Morgen haben wir die größte Wahrscheinlichkeit des Regens. Danach sollten wir nur Wolken haben. Am Freitag haben wir eine größte Möglichkeit von Gewitter. Wir haben 0 Celsius. Und dieses Gewitter hat die Potenzial, größte Mengen an Hagel zu produzieren. Halten Sie Ihre Autos in einem geschützten Bereich gepaart und bleiben im Inneren. Am Samstag haben wir haben 15 Celsius. Am Samstag haben wir einen anderen Tag der Sonne den ganzen Tag mit nur wenigen Wolken. Am Samstag haben wir 10 Celsius und 10 Celsius. Und gibt es eine größte Möglichkeit, dass wir einen kalten und niedrigen Tag haben. Haben Sie einen guten Tag. Dankeschön, Emily. Deutschland ist im Norden Europa mit neun Nachbarländern. Es ist auf der kürzeste der Nordsee und Ostsee. Es gibt 16 Bundesländer in Deutschland und Seenregionen. Deutschland hat viele schöne Landschaften. Es gibt Berge, Seen und Wälder. Es gibt 81 Millionen 7000 2 und 50 Tausend Einwohnerzahl in Deutschland. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Nächster spricht Anni über die Geschichte von Deutschland. Ich heiße Anni für die Lade Nachricht und heute ich will sprechen über die Geschichte von Deutschland. Von 1961 bis 1989 der Berliner Mauer geteilt die DDR und die BRD. Die BRD war West in Deutschland und die DDR war Ost in Deutschland. Die DDR oder die Deutsche Demokratische Republik war ein kommunistisches Land und es war sehr anders, als die BRD oder die Bundesrepublik Deutschland. Die DDR war die sozialistische Einheitspartei geregelt bis 1989. Die Wirtschaft war die Regierung geregelt und alles war angeblich gleich. Die BRD hat viel mehr Freiheit als die DDR. Heute die DDR existiert nicht länger und Deutschland heißt die Bundesrepublik Deutschland. Die zwei Länder wurden getrennt an der Berliner Mauer. Der Berliner Mauer erbaute werden 1961 und es war ein Symbol des Eisernen Vorhangs und es war unmöglich übergefährt. Es hatte Stahlhundraht, Wachttürme und Windenfelder, die Leute waren die DDR aber behalten innen. Der Mauer war 3.6 Meter hoch und 43 Kilometer lang zwischen Ost und West Berlin. Am 9. November 1989, der Berliner Mauer hat gefallen. Es war sehr stört und Berlin war eins. 3 Oktober 1990 ist Tag der Deutschen Einheit, wann Deutschland würde bereit nicht. Heute ist ein national fairer Tag. Danke und habe einen guten Tag. Danke schön Annie. Deutschland ist ein Mitgliedstaat mit der Europäischen Union seit 1958. Industrie ist eine große Teil der Wirtschaft. Es ist 26% von der Wirtschaft. Das Autos, die Schokolade und Metallindustrie sind überall wichtig in Deutschland. Am Ende holen wir von Lindsey mit dem täglichen Reisejournal. Hallo, ich bin Lindsey Schneider. Ich bin hier in Radweil. Die Fläche ist 71,76 Quadratkilometer und gibt 24.915 Einwohner. Rathweil ist zwischen dem Schwarzwald und die Schrebenalpen und liegt 90 Kilometer südlich von Stuttgart. Es liegt direkt am Neckar und ist in der Freiburgregion. Es ist im Südwesten Baden-Württemberg. Rathweil ist die älteste Stadt Baden-Württemberg. Das ist eine schöne Stadt. Danke schön, Lindsey. Das ist alles für heute. Vielen Dank für unser Nachricht anschauen. Wir sehen Ihnen am Montagabend. Ich heiße Dakota und ich wünsche Sie einen guten Abend und eine schöne Wochenende haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.